Musik Jojo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Heroes Hockt und auf dem Kanal von PlayHass Ichimaru Genau hey Freunde was geht ab, was geht ab, was geht ab Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, wir sind zwei nette YouTuber und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir einfach mal was nettes rausbringen Ich wollte meine Tipps und Tricks ein bisschen erneuern, weil die etwas veraltet sind kamen neue Standards dazu, alles drum dran und ich muss das alles ein bisschen aufbessern und ja, dazu wollten wir jetzt einfach ein neues Format starten Genau Und zwar einfach wöchentlich ein Video, wie man sich am besten aufbaut Erstens wollten wir das so machen, dass wir erstmal in der ersten Woche Akt 1 durchgehen in der zweiten Woche Akt 2 durchgehen, in der dritten Woche Akt 3 durchgehen und jede Woche halt einmal so ein Video, dass ihr ein bisschen was anderes habt auf seinem Kanal und auf meinem Kanal Und ähm, nachdem die ganzen Akte zu Ende sind, wird es dann beginnen mit allgemeinen Tipps und Tricks, wie zum Beispiel ähm, ja wie quesse ich am besten Genau, wie trade ich, wie farm ich am besten und dann nochmal dieser Thaler Guide und alles drum dran Und das wird dann alles näher erzählt Und ja, hab ich schon was vergessen? Glaub nicht, ey! Okay, also wie gesagt, das wird dann halt jede Woche kommen Noch werden wir nicht sagen, was für ein Tag, weil wir wollen jetzt nichts in die Welt stellen und dann das nicht einhalten können Das wäre dann ein bisschen scheiße Genau Aber wir wollen erstmal gucken, wie das läuft Und wie es bei euch ankommt Genau, vielleicht freut ihr euch darüber Vielleicht seid ihr froh, dass YouTuber auch sowas machen Weil ich meine, es gibt genug Tipps und Tricks, ja, aber halt nicht sowas, weiß nicht Halt nicht so im aktuellen Stand, ja, vielleicht vor ein, zwei Jahren gibt es etwas Oder vor ein paar Monaten Aber wir wollen das halt wöchentlich machen und das halt auch nicht, weiß nicht, nicht nur zwei Monate Sondern echt lange durchziehen Wir versuchen immer wieder was rauszukriegen Und ja, das dann halt durchgehend Und ja, sowas halt So ist das Namen für die Serie, wissen wir noch nicht ganz genau So sind wir noch gerade am überlegen Genau, voted up, also wir haben uns vorgestellt Plays and Heroes Lehrstunde oder die Nostale Lehrstunde Also wir sind noch nicht einig, was wir davon nehmen sollen Ja, genau Ich weiß nicht, ja Okay War schon, oder? Ja, das war es schon, also das ganz kurze Infovideo von uns gewesen Ich habe es euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch ein Däumchen da oben Da bei mir und beim Hero Und, ähm, aber Auf jeden Fall beim Play ist vorbei Ja, natürlich auch bei ihm, ne Also Unten in der Beschreibung verlinkt und so Genau Okay Und das Abonnieren natürlich nicht vergessen, falls ihr mehr davon haben wollt Falls ihr wirklich aktiv unsere, unsere, unsere Videos, wöchentliche Videos angucken möchtet Und ja Also denkt nicht, dass nur diese wöchentlichen Videos kommen Es werden natürlich auch andere Videos kommen, aktiviert über Poals und Mann Aber nun ja Das war es auch noch, Leute Und, ja Haut rein Ciao